Wie erkenne ich eigentlich Artemis? Artemis ist die Tochter des Zeus und der Leto und Zwillingsschwester des jüngeren Apollon. Sie gilt neben Hestia und Athena als eine der drei jungfräulichen Göttinnen auf dem Olymp. Ihr am leichtesten zu identifizierendes Erkennungsmerkmal ist die Mondsichel an der Stirn, welche demonstriert, dass sie neben der Jagd auch die Göttin des Mondes ist. Oft wird sie in ihrer natürlichen Umgebung gezeigt, dem Wald oder bei einer Quelle. Dabei wird sie meist von einer oder mehreren Nymphen begleitet, die ihre Anhängerin darstellen. Oft sind auch Jagdhunde in diesen Szenen zu sehen. Köcher und Bogen sind ein Zeichen für die Jagdverbundenheit der Artemis. Manchmal sind diese durch einen Speer ergänzt oder eingetauscht. Als überzeugte Jungfrau war sie der Keuschheit verschrieben, welche in der bildenden Kunst oft thematisiert wird, wie beispielsweise in folgender Episode. Der thebanische Held Aktarion überraschte eines Tages Artemis und ihre Nymphen beim Bade im Wald. Zur Strafe wurde er von der Göttin in einen Hirsch verwandelt und anschließend von seinen eigenen Hunden, ihren Herrn nicht erkennen, zerrissen. An dieser grausamen Reaktion wird deutlich, wie sehr Artemis die eigene Unbeflecktheit heilig war. Aber es gibt auch andere grausame Episoden mit ihr, sodass sie generell als eine recht unbarmherzige Göttin gilt. Sollte dir jemals eine lesbische Liebesszene auf den Leinwänden begegnen, bei der eine der Damen die Mondsichel trägt, so wundere dich nicht. Hier ist niemand Geringeres als Zeus zu sehen, der sich in Artemis verwandelte. Er wollte damit eine ihrer Anhängerinnen verführen, Calliste. Es gelang ihm. Aber die echte Artemis würde sich nicht so freizügig präsentieren.